an der ampel weiter geradeaus dann links abbiegen wir schauen heute verbandsliga im saarland fc saarbrücken gegen sc halberg brebach lasst ein abo da lasst ein like da deine menschlichkeit deine fröhlichkeit deine hilfsbereitschaft waren eingetragen die Die 17, Kevin Avara Obadi, mit der 21, die Fidu, und mit der 24, Markus Kutz. Das ist doch ganz schön furchtbar. Also, man sieht hier ist schon sehr viel Feuer drin. Die beiden Mannschaften sind geistkrank am Kämpfen. Ich bin wirklich gespannt, wer gewinnt. Das ist Platz 2 gegen Platz 3 übrigens. Also, Spiel der Giganten. Ja, Mann! Fein, Mann! Das hat jetzt ein Stürmer. Und das bleibt noch ein Ficht, wenn man noch ein Ficht ist. Hüe! 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 queen. Louis! 때�ann. Du hast Kind Silften. 24だ! Dafürn zu kindze gewonnen. Ich bin in der Runde, ich bin in der Runde, ich bin in der Runde. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ein Knüssen! Ja, jetzt wieder Gold der Galschlitzen. Wo hat der da vorn gespielt? Hier? Wow! Wow! Hohohohohohohohoh! Ohohohohoh! Shit, Alter! Ich hab's nicht auf alle. Die ist schon gut. Aber wir haben nicht den Traus, Digga, den musst du doch haben. Ich hab' mir auch zu dem Traus, Digga. Ja, aber hast du den? Hö, 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 Hö! Hört sie, du! Ja, da ist! Der Ball bleibt im Feld, das ist schon ein Spiel. Ja, das verkehrt. Ja, das ist ein Spiel. Das hat gerade so geistkrank gekracht. Sein Fuß ist ab. Ach, du bist immer noch ein Ding? Ja... Also das ist ein guter Freund-Werrick von Menschen, das ist nur so. Ja, viel über die Wein in der koppelge. Nein. Ja, das war's für mich! Aber ein Ding, das ist doch schön. Aber ein Ding! Nein. Ein Ding! Es ist ein Ding, etwas Problem. Das war gut. Ich klingke jetzt nicht gewusst. Ich glaube, dass noch jemand dran war. Der wich im Gleichgewicht. Also von den Chancen her ist es viel besser. Und wir hatten schon so drei, also eine richtig gute, zwei gute eigentlichen. Aber wie es im Fußball halt ist, manchmal reicht eine von den Fähigkeiten. Rechtsfuß? Tief, tief. Boah, Poker, geile Position. Boah. Der ist richtig geil. Linksfuß, richtig geil. Ey, jetzt sag ich dir wirklich, film das. Die Bühne müsste ich fast geben jetzt. Die Bühne müsste ich fast geben. Die Bühne müsste ich fast geben. Ja, der Einer weißt du es. Der muss nur über die Mauer. Oder flacher, aber nur voll hervor. Guck mal, die Mauer ist schon... Wenn der reingeht, habe ich so ein super Video. Unter der Mauer, alle springen hoch. Ja, der geht rein. Er geht rein, glaub mir. Ja, der reingeht. Ball mit links. Perfekt. Alter! Boah! Oh! Das ist ein krass. Das ist ein krass. Das ist ein krass. Kiefer ist geflogen. Hat schon lange gemacht, aber... Das ist ein krass. Das ist ein krass. Oh! Das ist ein krass. Das ist ein krass. Das ist ein krass. Das ist ein krass. Genau, das weggetreten. Auch ein super Tor hier rausgespielt. 2-0, halber 5 gegen die FCS. Wow! Das ist ein krass. Ja! Oh! 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 Die waren fünf Jahre in der Landesliga. Einmal wegen Corona nicht geschafft, dann war eine andere Mannschaft vor denen, dann wieder eine andere und dann sind die noch abgestiegen. Und dann wieder ein paar Mal wegen Corona nicht mehr, dann wieder ein paar Mal. So, jetzt Halbzeit, steht 2 zu 0, Spielprognose, FC hat mehr gemacht, allerdings hat Halbeck einmal durch einen Freistoß, habt ihr gesehen, und das andere war geistrank rausgespielt, so, ja, deshalb schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ist deine Halbzeit-Diagnose? Guten Tag. Dion macht das. Deine Analyse zum Spiel? Ich hab's nicht mitbekommen. Dion hat Currywurst am Backen, der hat andere Probleme. Sidney, Spielanalyse. Gut, super. Aber der Keeper steht schon, weil ich bin weit links. Kann ich jetzt eigentlich in die Torwart-Axis bleiben? Oh, schade. Ja, da gibt's jetzt. Oh, oh. Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Digga, der ist schwirmer. Ander am Hacken schlagen. Der ist im Geschäftsführer. Wie einfach ist das bitte? Oh, scheiß Blanke. Alter, der hat ja ganz dick ist. Voller Batsch. Oh, scheiß Blanke. 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 Das geht in Dortmund ab, Alter. 2-2, 6-3 im Spiel. 2-2. Vier Tore schon gefeiert. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 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 Noch einen? Denkst du? High Five mäßig. Oder 5-0 ist schon hart. 4-0 ist schon schlimmer als nicht André. Die sollen immer noch ein Tor machen. Gute Footage. Verbandsliga-Krimi mit Dave Wig. Das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Tor So Leute, viel vorbei Wir eintrinken das ganze aus Es wird diskutiert vom Chiri Super Das war's von meiner Seite Ihr seht hier meine Thermo Lass ein Abo da, lass ein Like da Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder